Hallo! Gut gemacht, immer weiter so. Ja, wusst wie, in dieser Gegend gibt es ein Monster mit viel viel Geld. Nie war reich, werden leichter. War das jetzt, meinte das Gebiet davor, das nächste? Hm, mal schauen. Ich hätte echt gerne mit dir diesen Gipfel erklommen. Ich bin ein klein wenig neidisch. Schon gewusst, so ein Kaktus in der Wüste lässt sich mit so einem leckeren Steak weiterverarbeiten. Okay, machen wir Kaktussteak in der unendlichen Wüste. Jetzt! Haben wir dann nochmal unsere Ausrüstung, da wir immer noch nicht... Ab wann dürfen wir denn unsere Brille wieder tragen? Ist ja schrecklich. Der Prunkpanzer hat schon gute Stats, oder? Oh ja. Der hat gute Stats, das ist gut. Die Gummistiefel sind auch geil, die sind sauschnell. Das ist auch saustark und das Schild müssen wir gucken, ob wir ein anderes vielleicht nehmen. Das hätte ich gerne. Das sieht cool aus. Und dann noch die goldene... Warten wir nicht nur einen goldenen Helm? Oder war das das Schild, was wir gekauft hatten? Das war das Schild, jetzt wiegt der nur 15, genau. Das hat aber 2 Verteidigungen. Das hat doch noch kein Schild von uns. Nehmen wir mal das mit 1 Verteidigung. Söldner Schild. Und gehen in die unendliche Wüste. Haben wir auch ganz sicher alles, was wir wollen? Ja. Start! Was? Die blöden Dorftrottel. Wie konnten die es wagen, nicht aus dem Dorf zu vertreiben? Sagen sie doch glatt, sie hassen Schlangen. Ach so, so ein Schlangenbeschwörber. Dabei sind Schlangen doch so süß. Wenn die Welt kein Verständnis für Schlangen aufbringt, hat sie denn nicht damit das Recht zu existieren bewirkt? Sauber, wir haben ein Problem. Da wirkt schon wieder so ein Böse durch die Magie. Kapiert er denn nicht, dass er auch die Schlangen trifft, wenn die Welt untergeht? Du beeilst dich besser, sonst ist dies das Ende für alle Schlangen und die Welt um sie herum. Hier ist die Burg des Böses. Ah, echt. Das hier ist also alles Wüste. Du wirst also zu Fuß zur Burg gehen müssen. Sauber, sei vorsichtig. Man nennt diesen Ort die unendliche Wüste. Wenn du nicht aufpasst, wo du hinläufst, kommst du am Ende wieder beim Dorf raus. Frag die Leute im Dorf, die kennen den richtigen Weg. Der Schicksal der Welt liegt in deinen Händen und drück also nicht zu fest zu. Oh nein, das war die Welt. Hi. Dieses Dorf liegt am Eingang zur unendlichen Wüste. Nee, echt. Das hätte ich nicht herausgefunden ohne dich. Ist das heiß, da vertrocknen mir gerade meine Kräuter. Oh, du willst also die Wüste durchqueren? Pass auf dich auf. Diese Wüste lässt gerne mal deinen Orientierungs-Sinn-Verrückt spielen, damit es nicht zu spaßen. Wenn du den falschen Weg einschlägst, landest du ruckzuck wieder im Dorf. Trotzdem versuchen sich viele Reisende daran, durch diese Wüste durchzukommen. Und alle sagen sie, dass man den Weg mit dem Kakteen folgen soll. Okay. Wir hassen Schlangen nicht. Wir hassen aber Leute, die mit Schlangen böse Sachen anstellen. Wie zum Beispiel dieser Typie. Dieser Masapi oder wie hieß. Eisenschwer, 250 Gold. Das sieht schön aus. Muss haben. Boah, bin ich langsam. Ich glaube, die Rüstung hat einen Nachteil. Oh Gott, ich bin ja wie eingefroren. Erst mal 450 Gold sammeln und dann nochmal neu probieren. Gut. Jetzt können wir uns nämlich das hier kaufen. Und das hier nochmal zurücksetzen. Und das hier nochmal mitnehmen. Und heilen. Und nochmal eins mitnehmen. Und auf geht's. Okay, wir hätten nicht die Rüstung kaufen sollen. Ich gehe jetzt einfach immer da durch, wo Kakteen sind. Ah, jetzt nochmal ein Dorf. Ich bin mit den Kakteen hierher gefolgt, aber da vorne gibt es zu viele Kakteen. Ho, ho, ho. Ich habe den Weg mit weniger Kakteen eingeschlagen und bin wieder im Dorf gelandet. Okay. Wirklich ärgerlich. Diese Barbar hat einen Speck gekauft, will aber nichts bezahlen. Nein, Barbara. Oh, nicht Barbara. Wer bist du? Ich bin Barbara. Ich bin eine ziemlich berühmte Kämpferin hier in dieser Gegend. So, wie ich das einschätze, bist du nicht zum Spaß hier in der Wüste, oder? Ja, bösewicht ist ungeblich ein Schlangenbeschwörer. Er sei auf der Huf vor seinem Schlangen. Na, wie sieht's aus? Willst du mich nicht anheuern? Wenn du 52 Kilo zum Kasten für meine Ausrüstung übernimmst, helfe ich dir auch im Kampf gegen diese Schlangen. Okay. Kernlose Melone. 250 Gold. Ich habe noch 19 Sekunden. Genau. Warte hier einen Moment. Ich bezahle eben schnell. Oh, wir, die rennt weg damit. Okay, wenn ich, dann freuen wir mal. Also übrigens, ich helfe dir nur, bis wir durch die Wüste durch sind. Nur damit keine Beschwerden kommen. Na ja. Oh, brauche ich's dabei. Die ist wenigstens schon schnell. Wieso hilft ihr eigentlich nicht, den Bösewicht zu töten? So, einfach als logische Frage mal. Ich meine, sie wäre dann eine Heldin. Na, egal. Da geht auch in eigener Begegründe. Zeit zurücksetzen. Und auf durch die Wüste. Da sind zwei Kakteen, dann gehen wir dort lang. Dort sind... Nein, da oben sind mehr Kakteen. Da sind mehr. Jo. Cool. Du hast es doch die Wüste geschafft. Diddlydi. Doch bringen wird... Ach so, was hat mir die Bieder... Du hast es doch die Wüste geschafft. Diddlydi. Doch bringen wird dir das dennoch nicht. Diddlydi. Ihr hebt euch zum Klang meiner Flöte. Vorwärts rote Schlangen. Hey, gebt mir doch. So, meine Schlange. Ich meine... Sehr schön. Sandvolk. Hey, du, warte. Oh, das wird, glaube ich, eine Frau. Endlich habe ich dich eingeholt. Du bist aber auch schnell unterwegs. Nein, ich bin eigentlich sehr langsam durch meine Rüstung. Aber danke. Ich finde aber so flinke. Männer haben was. Hier für dich. Danke, dass du den Bösewicht besiegt hast. Mach's gut. Zombie-Elt-Flink-Messer. Gerade erhält sich so ein cooles Eisenschwellen. Und jetzt wieder so ein kleines Kack-Ding. Puh, und damit ist auch hier wieder Frieden eingeklärt. Aber wie kann aus einem gewöhnlichen Flangenbeschwerer eigentlich plötzlich ein Bösewicht werden? Der, den wir hinterjagen, muss es ja ziemlich ernst meinen, mit dem Wunsch die Welt zu zerstören. Was ist das denn für einer? Wir dürfen weder rasten noch ruhen, bis wir das herausfinden. Stimmt will er das gar nicht, der Bösewicht. Der Verfluch. Oh, Brosse gleich. Boah, sind wir gut. Warum Brosse? Wir haben doch gar nicht so lange getrödelt, oder? Ich bin keinmal falsch gelaufen, wie tief. Es sah gut aus, jetzt noch nicht nachlassen. Gewusst wie, besiege den indianischen Vogel an der Ecke der Wüste, um einen Titel zu erlangen. Ich liebe die Wüste, auch wenn man darin ein gewisses Gefühl der Einsamkeit überkommt. Hilft den Leuten, denen du auf der Reise begegnest, bestimmt revanchiert sich jemand mal dafür. Okay. Vogeljäger da, das ist das Ding. Ich mag hier nochmal rein kurz, einfach nochmal zum Gucken. Das können wir ja auch alles überspringen. Jaja, wir wollen durchstarten. Volle Party, volle Action. Was passiert, wenn ich da hingehe? Ah, okay, ich werde nur zurück teleportiert. Das ist ja trotzdem nicht so unendlich schwer. Das sind halt nur so ein paar Punkte, wo ich zurückgesetzt werde. Was ist denn eigentlich da unten bei den toten Bäumen? Kann ich da hingehen? Hier ist bestimmt der Vogel. Birdie. Kein Vogel? Sicherlich. Okay. Und hier werde ich ja nicht zurückgesetzt, wenn ich da runtergehe, oder? Ja, Schwachsinn. Nö? Ah, ich werde langsam schneller. So. Ich habe keine Ahnung, wo der Vogel ist. Oh Gott, ich klappe die Zeit recht nicht mehr. Oh Gott! Okay, mit Sprinten geht es ja ganz einfach. Gut, dann überspringen wir das alles wieder. Vielleicht haben wir noch einen neuen Titel oder wenigstens einen neuen Rang. Nö. Gar nichts. Okay. Gut, dann lassen wir es. Gehen wir weiter. Das nächste. Level. 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 Ich bin ein Pferd. Level-Pferd. Dort, das haben wir schon alles gehört, was ihr zu erzählen habt. Und... Oh Gott, wir sind bald wieder bei Quest 10. Ist die auch als 10 eingetragen? 7, 8, 9, 10. Achso, es sind genau gleich viele in beide Richtungen. Okay, das wurde ich. Das wurde ich. Vielleicht kriege ich ja jetzt meine Magierbrille. Oh, meine Magierbrille.